Herzlich willkommen bei einer neuen Fortnite-Folge hier in Kapitel 5, Season 1. Es gibt noch ein bisschen was aufzudecken. Da muss ich erstmal nochmal schauen, Aufträge, so. Wir wollen noch die letzten zwei Gebiete aufdecken, Rebels, Roost und Classic Curts. Da möchte ich jetzt noch hin, das schauen wir uns noch an. So, Let's Fats. Ich habe auch ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Grafik, Einstellungen und so weiter. Mal sehen, ob das irgendwie greift. Ob das irgendwie passt, ob die Performance passt und ob OBS nicht meckert. Da muss ich mal ein bisschen schauen hier, ne? Das ganze Spiel läuft ja jetzt über DirectX 12 statt 11. Und ja, da muss man wieder ein bisschen anpassen. Ja, ja, schauen wir halt mal. Also bisher waren die Aufnahmen ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber hier und da gab es Ruckler. Und wahrscheinlich immer genau dann, wenn OBS gemeldet hat, ja, Performance hier bricht ein und so. Doch, dann müssen wir uns ein bisschen wieder feintunen. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Aber währenddessen können wir ja mal ein bisschen die Map aufdecken. Hier wieder in Null bauen am PC. Schauen wir doch mal, ne? Hallöchen. Zerstöre Gewürzungen hohe Gesellschaftsmedaillons. Unbedingt. Das versuche ich. Ja, das sind ja jetzt die täglichen, die jetzt einfach da drin stehen. Die stehen nämlich nicht mehr in den Aufträgen. Das ist eigentlich nur noch der Matchauftragsreiter. Voll seltsam alles. Keine Ahnung. Ah ja, der Bus fliegt so. Das ist ja gar nicht mal so dumm. Hm. Äh, ich glaube, ich habe es grafisch ein bisschen schlechter gemacht. Äh. Huch. Los geht's. Ja, schauen wir halt mal, ne? Keine Ahnung, ey. Muss jetzt auch nicht over the top gigantische Gigagrafik haben. Ah, vielleicht soll ich doch dynamische Auflösung anmachen, so wie es aussieht. Das ruckelt doch schon weg jetzt irgendwie. Hä? Ey, ohne Scheiß. Das ist ja gar nicht mal so geil. Jetzt fliegen wir erstmal da rüber. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Hier. Am Boden. Der Tatsachen. Dann wollen wir mal schauen, was es hier so gibt. Was ist denn das für eine Anlage? Natürlich landen da, oh, wieder Leute. Nee, das ist ja ganz klar. Vor allem, weil es ja auch noch ein Auftrag ist. Und vor allem, weil hier immer irgendwas los ist. Ja, super, da ist ja schon wer. Jetzt reißt es halt ab. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Oh Gott, das geht schon los. Alter, richtig. Ja, richtig. Zwischen damit. So. Oh je. Oh je. Hä? Ist das ein Golfclub? Oder was ist das? Bitte lass mich in Ruhe, ey. Ja, von hinten. Hilfe. Nee. Nee. How about no? Äh. Jetzt schon am Brennen? Ernsthaft? Komplett im Arsch. Hilfe. Jetzt mach auf. Ein Fisch. Geil. Ess den Fisch. Scheiße, was ist mir wieder los, Leute? So ein bisschen Schild schlürfen. So. Meine Fresse. Hilfe. Ja, komm, den ist der auch noch. Hilfe. Was, der Zug? Der Zug ist da. Ja, er nett hier auf jeden Fall. Oh je. Was hab ich eigentlich? Habe ich eine Shotgun oder nicht? Was ist das da? Automatisches Schrot. Ja, eigentlich. Ist das eine. Das nehme ich auch. Komm. Fisch essen. Jetzt ist es auf einmal mega ruhig. Was? Jetzt ist auf einmal niemand mehr da. Was ist hier los? Muss ich nicht verstehen. Schall gedämpft. Äh, Sturm. Nennen wir es. Das ist Geheimoperation. Ja, auf geht's. Okay. Classic Curts. Nett hier. Äh. Ja. Äh. Ich brauche jetzt ein Auto. Nee. Das kannst du mal lassen auch. Jetzt fahr. Oh mein Gott. Diese Karren. Völlig im Arsch. Ich kann nicht mehr nach rechts fahren. Okay. Ja, super. Ist eh schon im Arsch, das Auto. Warte auf mich, Zug. Aber hey, ich glaube, echt ohne Scheiß. So gehen die Einstellungen, glaube ich, so wie sie jetzt sind. Jetzt ruckelt hier nichts mehr. Hey, Moment. Was habe ich denn jetzt für Waffen? Ah, das ist ja gar keine Sniper. Das ist einfach ein Sturm mit Dings. Ja, fantastisch. Das brauche ich auch nicht. Mit der Zielfernrohr einfach. Nein, der Zug. Der ist weg. Ja, den hole ich gar nicht mehr ein. Nee, eigentlich. So geht es eigentlich grafisch doch auch. Ruckelt eigentlich... Ja, so gut wie überhaupt nicht mehr. Nee, geht eigentlich. Na, ich denke, so habe ich es. Ja, so geht es, ich glaube. Kann man versuchen, leicht anzuschrauben gleich mal. Aber ich glaube, das geht schon. So, was ist jetzt hier? Ja, wobei, doch. Guck hier, manchmal kommen schon noch Rucklereien, ne? Ach, keine Ahnung, echt. Alter, der Sturm ist so viel zu schnell für das, dass man sowieso ein bisschen langsamer rennt. Ey, das kann nicht sein, oder? Der ist viel zu schnell. Ich glaube, das ist der schnellste Sturm jemals. Ah, ja, weiß nicht genau. Aber jetzt habe ich ja... Hä? Hey, Moment, jetzt habe ich ja... Hä? Alles komisch. So, was ist jetzt hier los? Leute. Na, das war ja... Das hat ja nichts gebracht. Schleichen tut man wirklich auch. 10% weniger übrigens. Also, äh, langsamer meine ich natürlich. Perfekt. Ach so, hier sind so Feinde. Äh, was passiert da? Hä? Äh, spinnst du? Hier ist doch wer, oder? Ey! Hall! Oh mein Gott, mythisch. Oh, es geht halt der Scheiß wieder los, ne? Mit den ganzen mythischen Geschichten aus dem Paulaner Garten, ey. Geh, das ist eine tolle Geschichte auf jeden Fall wieder. Ja, geil, ne? Ja, das war's dann auch wieder. Supergeil, ey. Weiß nicht. Ja, gut, ja. Schöne Geschichte. Das war's. Die Folgen werden auch immer kürzer, oder? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Geh,lines. Untertitelung des ZDF, 2020